Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in Nickelodeon Oster Brawl zusammen mit Let's Goddy. Hallo. Goddy ist ein neuer Charakter rausgekommen. Ja. Ich geh dagegen mal mit Korra vor. Der Helm. Ich will einen Vorteil. Ich auch. Bin gespannt. Mal schauen wie die Server jetzt laufen. Er hat auch wieder mal ne Zeit in sich gespielt. Ja. 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 Wer ist mein Boomerang ist? Hör auf damit! Ich hab schon nachher aufgehört A zu drücken! Nein! Nein! Ich lebe! Was? Was? Der Katze rausfliegen! Acht! Oh. Der Katze rausfliegen! Flieg! Flieg alter Mann! Nein! Haha! 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 Oh. Huh! Oh! Oh my God! Oh! Ooh! Lookin' good! Aaaa! Uh... thanks! Ohohohoho! Was ist das? Was ist das? Ohohohoho! Haha! Der stört sich so komplett anders wie, äh... Multiverses, ne? Ja! Schrecklich sicher! Nein! Wir machen das gar nicht mehr! Hallo? Wo? Was mag ich denn?! Lass den Burger liegen! Ja! Getrickst! Nein! Ja! 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 Was? Was habe ich erwischt? Meine Musiknote! Oh no! Nein! Was? Oh! Wenn ich wüsste wie man taunt ist! Ah! So! Wird was schlecht! Haben wir jetzt zwei und die kleine Genette? Ja! Habe ich mich hier heilt? Ja, der Burger heilt dich! Jahu! Der Caravitär ist nicht geil, ne? Und der Winner ist... Toro! Sorry about that! Geil! Nee! Alles auch nicht geil! Okay! Jetzt versuche ich natürlich heimverteilt zu kriegen! Hätte ich heimverteilt beim ersten Mal gekriegt, hätte ich gewonnen! Ja, natürlich! Oh, jetzt aber! Ja! Das Battle der DLC Charaktere! Oh Gott! Gesundheit! Tolle! Wer ist stärker? Jimmy's... Jimmy's Dad oder ich? Jenny! Ich glaube sie ist Jenny! Wie sie jetzt plötzlich schneller läuft? Ist das die Map? Ich weiss nicht! Hilfe! Es ist so ungewohnt schnell! Hilfe! Es ist so ungewohnt schnell! In der Luft kämpfen kann ich auch, ne? Bist du nicht der einzige der da oben... Nein! Oh Gott der Geist! Nein! Wie machst du eigentlich... Wie kannst du Angriffe machen, die ich nicht mal kenne! Ich kenn kurz... Tastenkombination hier! Kannst du aufhören? Hat er zwei gemacht? Hallo! Hallo! Oh Gott, das war eine Miene! Ich dachte, ich müsste dich direkt treffen! Warum hat die nichts gemacht? Nein! Warum macht die nicht das, was ich will? Das ist mein Glas! Ok, hallo! Ich könnte jetzt mal aufhören! Eins auf! Das ist jetzt schlecht! Oh Jesus! Hä? Oh Gott! Oh Gott, du hast das Auto angestuppst! Nein! Was? Warum war es plötzlich so schnell? Oh, nein! Oh, nein! Oh! Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Was? Oh nein, ich bin rausgegangen. Jetzt. Wahrscheinlich ist das so. Okay, und jetzt random. Let's random. Nein. Als ob einfach Shredder. Jetzt wollen wir mal die neue Maps sehen. Oh, Junge, der Charakter, der wir nie dran kam. Patrick? Nee, Shredder. Oder haben wir das? Ja, aber der war am Anfang wieder. Der ist ja auch schon später gekommen. Leonardo war der, den wir nie gekriegt haben. Ja, nicht Leonardo, Michelangelo. Ich weiß nicht, was das ist. Warum wirft er das zu einem großen Bogen? Warum wirft er das zu einem großen Bogen? boah! Junge. Natürlich wird dieser Apfel hoch angegrifflich zu OP. Ja, ist echt OP. 97 schon? Krass. Was haben wir jetzt gemacht? Warte, was? Hat der ganz stark mein Ding gesagt? Nee, der hat Solid gesagt. Oh mein Gott. Was? Nein! Ich hab dich nicht einmal berührt. Das ist schlecht! Nicht mit mir! Ich bin ein Superstar! Bye-bye! Okay. Okay. Woll ich zu hoch. Is it time for launch? Oh mein Gott, das ist so laut! Nein! Also! Bam! Diese... Wallen, Digga! Schön, hab ich doch nochmal meine Kämpfe gewonnen. Ich hab echt an mir gezweifelt. Gut, ich will sagen, das war's in der Folge. Lasst ein Like und ein Abo, da wird's auch gefordert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! ARUNTS Untertitelung des ZDF, 2020